100 Jahre Caritas Verband Koblenz. Ein Grund zu feiern. Und zu feierlichen Anlässen passt Kerzenlicht. Die bundesweite Solidaritätsaktion Eine Million Sterne taucht in Koblenz alljährlich den Görresplatz in ein Lichtermeer. Jede Kerze steht für einen Menschen in einer schwierigen Lebenslage. Das Licht ist ein Zeichen, lässt innehalten. Die Caritas lässt nicht nur zu diesem Anlass Licht erstrahlen. Ja, ich denke einfach, es bedeutet Hoffnung. Hoffnung für den Menschen, dass sich etwas verändert, dass Möglichkeiten bestehen, eben vielleicht ein Leben wieder in den Griff zu bekommen oder dass einfach nur jemand da ist und einem die Hand hält, wenn man in Not ist. Das Caritas Licht erhält zahlreiche soziale Einrichtungen. Backen im Kontaktladen des Zentrums für ambulante Suchtkrankenhilfe. Solchen Einladungen folgen einstige suchtkranke Menschen gerne. Die Suchtberatung will begleiten, mehr sein als kurzfristige Maßnahmen und diese nachhaltigen Angebote im offenen Treff kommen an. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist aber auch Prävention. Rauschbrillen als Medium, um Heranwachsenden frühzeitig die Gefahren zu vermitteln, die Alkohol- und Drogenkonsum zur Folge haben. Für die, die es trotzdem trifft, sind die Berater zur Stelle. Die Suchtkrankenhilfe steht exemplarisch für die vielfältigen Unterstützungsangebote vor Ort. Das Haus für Kinder Kemperhof. Eine von vier Kindertagesstätten des Verbandes. Im Mittelpunkt der christlichen Erziehungsgrundsätze steht die Gesamtentwicklung der Kinder mit klaren Zielen. Oberste Maxime bei uns ist Partizipation. Das heißt, von ganz am Anfang wird den Kindern beigebracht, dass sie mitbestimmen können, dass sie Dinge hinterfragen müssen, dass sie selbstbewusst werden und Dinge nicht einfach nur hinnehmen, sondern Dinge tatsächlich dann auch mit ihrer Meinung, mit ihrem Auftreten dann auch ändern können. Neugeborene werden hier ebenso betreut wie Kindergarten und Schulkinder bis zum 14. Lebensjahr. Eine reichhaltige, pädagogisch durchdachte Angebotspalette wird in allen vier Kindertagesstätten der Caritas angeboten. Die Spiel- und Lernstube im Kreuzchen bietet im sozialen Brennpunkt unter anderem auch Hausaufgabenbetreuung an. Und nach getaner Arbeit wird entspannt und gespielt, sodass die Familien das Gesamtpaket gerne annehmen. Ich habe hier auch richtig Spaß, weil die uns bei den Hausaufgaben helfen und weil man hier richtig, richtig lange spielen kann. Die ambulante Jugendhilfe bietet Halt, wenn in den Schulen soziale Probleme auftreten. Die pädagogischen Fachkräfte erörtern die Konfliktsituationen in Einzelgesprächen, beziehen die Eltern mit ein und der Kommunikationskreis schließt sich bei den Lehrkräften. An den Gymnasien zeigen die Schulsozialarbeiter auch Präsenz. Denn immer wieder ergeben sich Krisensituationen, die direkt vor Ort angesprochen werden müssen. Und weil es hilft, geschieht es gerne. Es ist einfach schön, wenn man das machen kann, was einem Freude macht, wenn man mit dem Herzen bei der Sache ist, sich für Menschen engagieren kann. Engagiert für pflegebedürftige Senioren sind die helfenden Hände der Sozialstation. Ob Körper- oder Behandlungspflege, hauswirtschaftliche Versorgung, Essen auf Rädern, Beratung und Betreuung. Ohne Herzblut geht es nicht. Es gibt mir ein gutes Gefühl, alten oder kranken Menschen helfen zu können. Mit ihren Problemen, Wünschen, Bedürfnissen, die sie im Alltag haben. Menschen mit Behinderung sind in den vier Wohnhäusern und im selbstbestimmten Wohnen zu Hause. Hier wird ihr Tag erhellt. Engagiert für Menschen. Der Caritas-Slogan ist auch hier Programm. Die Bewohner im Eulenhorst auf dem Oberwert in Weißenturm und Lingerhahn sind gut betreut. Das Tolle ist, dass wir den Bewohnern eine Zukunft bieten können. Insbesondere hier im Haus Eulenhorst, wo wir uns auch dem Thema Senioren und geistige Behinderung widmen. Das Haus Eulenhorst in Koblenz erstrahlt nach Um- und Neubauarbeiten in neuem Glanz. Die feierliche Eröffnung erlebte einen Höhepunkt, als der Bewohnerbeiratsvorsitzende eine Ansprache hielt. Zur Arbeit geht Werner Schmelzer in der Rhein-Mosel-Werkstatt. Der Caritas-Verband ist einer von vier Gesellschaftern der Behinderteneinrichtung. Die Beschäftigten werden hier nach Eignung und Neigung eingesetzt. Beide haben Spaß und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Menschen ohne Arbeit, gar ohne Wohnung finden bei Markus Fröhlich und seinen Kollegen offene Türen und Ohren. Fachberatung für Menschen ohne Wohnung, zum Beispiel in behördlichen Fragen für die oft hilflosen Besucher so etwas wie ein Hoffnungsschimmer. Das ist auch eine Wohnung zu bekommen oder eine Arbeit zu bekommen oder etwas, was mit Amts, was man nicht weiß, natürlich bekommen wir das auch von mir, die wissen und das ist wichtig für uns. Der Wohnungslose kommt täglich in die Neustadt 20, übrigens das Stammhaus des Caritas-Verbandes, in dem sich auch die allgemeine Sozialberatung befindet. Die Wohnungslosen erhalten Angebote für die Grundbedürfnisse wie Körperhygiene oder auch Verpflegung. Die Carmen GGMBH bietet seit 2003 als 100-prozentige Tochtergesellschaft Arbeitsmöglichkeiten. Der soziale Dienstleister als Inklusionsbetrieb und Anbieter arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. In der Fahrradwerkstatt hat der einst arbeitslose Jan Trautmann zum Beispiel sein Glück gefunden. Was ich tue, macht mir Spaß. Das war so mit einer der Gründe, weswegen ich gesagt habe, ja, das probiere ich auf jeden Fall mal. Und es hat sich als besser herausgestellt, als ich gedacht habe. Ein Dauerarbeitsplatz, der ideal, aber kein Einzelfall ist. Professionelle, erfahrene Fachanleiter und ein pädagogischer Dienst begleiten Mitarbeiter und Teilnehmer auf ihrem Weg. Die Leute kriegen durch die Arbeit wieder Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie sind dabei. Und durch die verschiedenen Dinge, die wir bei Carmen als Dienstleistungen parat halten, leisten sie einen wertvollen Beitrag für die Umwelt zur Sauberhaltung der Rheinanlagen, zur Wiederverwertung von Kleidung im Kleiderladen oder zur Aufbereitung von Fahrrädern. Der Kleiderladen war früher ein Ehrenamtsprojekt, ist mittlerweile Teil von Carmen. Der Secondhandladen bietet Kleider und mehr für Kunden mit geringem Budget. Sachspenden sorgen für ein reichhaltiges Angebot und soziale Kontakte sind hier ebenfalls an der Tagesordnung. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich hier reinkomme, Kontakt mit den Menschen kriege, sich mit ihnen unterhalten kann. Das ist einfach nett, weil zumal wir auch viele Stammkunden haben, wo man einfach auch so ein bisschen deren Lebensumstände kennenlernt, sie ein bisschen näher kennenlernt. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Das Leben am Deutschen Eck wird durch die fleißigen Carmen-Mitarbeiter bereichert. Hausmeisterdienste, Entsorgungsmaßnahmen oder das Team vom Garten- und Landschaftsbau verbessern unaufgeregt das Stadtbild. Die Reaktionen auf gesellschaftliche Entwicklungen sind seit 100 Jahren Caritas Selbstverständnis. Gregor Hülpüsch leitet den Migrationsdienst. Dazu gehört das FAIR-Projekt, das vielfältige Hilfen zur Integration in Arbeit anbietet und als Reaktion auf den Flüchtlingszustrom seit 2015 für Aufsehen sorgt. Sogar die Bundespolitik spricht von diesem Projekt in höchsten Tönen. Bei den ersten Schritten und Problemen auf dem Weg in die Integration hilft der Migrationsdienst. Über die Fachdienstangebote hinaus werden Treffpunkte geschaffen, die zum Austausch einladen. Das Café der Kulturen in Pfaffendorf ist ein solcher. Es gibt auch Fachleute, die bei uns auch kommen, die auch die Leute auch helfen können. Wir haben auch Eheamtler, die bereit sind, die Leute bei den Behörden zu unterstützen. Also auf jeden Fall, das hat einen großen Sinn. Und die ganze Familie ist auch hier im Fokus. Während die Eltern Rat und Austausch finden, werden die Kinder kreativ beschäftigt. Das Angebot für Menschen mit Migrationsgeschichte ist reichhaltig. Und so liefert die Caritas-Arbeit den Kerzenschein im sozialen Dunkel der Hilfsbedürftigen. Zurück auf dem Koblenzer Görresplatz. Caritas-Direktorin Martina Best-Liesenfeld begrüßt an diesem November-Samstag Jahr für Jahr Vertreter all der Gruppierungen, die soziales Engagement leben oder benötigen. Auch über das 100-Jährige hinaus. Es ist eine Aufgabe, innerhalb unserer Gesellschaft hinzuschauen, da wo Not ist, wo Unterstützung erforderlich ist. Und das tut Caritas auf vielfältige Weise. Das ist das, was einen jeden Tag aufs Neue motiviert. Dabei helfen Leuchtturmprojekte wie eine Million Sterne. Licht sorgt für Aufsehen. Licht steht für Leben und Hoffnung. Der Caritas-Verband Koblenz ist ein Lichtblick und wird es weiter bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017